Trooping-Dekala ist eine jährliche Militärparade, die seit 1748 in London stattfindet, um den Geburtstag des amtierenden britischen Monarchen offiziell zu feiern. Es handelt sich um eine prestigetrichtige Royal Engagement-Übertragung weltweit. Traditionell versammeln sich sowohl berufstätige als auch nicht berufstätige Mitglieder der königlichen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palace, um den Vorbeiflug zu beobachten und die Menge unten zu begrüßen. Berichten zufolge möchte König Charles nicht, dass Harry und Meghan an offizieller Funktion am Trooping-Dekala 2024 teilnehmen, was das erste Mal wäre, dass die Veranstaltung während seiner Regierungszeit stattfinden würde. Laut der Daily Mail informierte Charles leitende Berater im Verteidigungsministerium darüber, dass im Ausland lebende, nicht berufstätige Royals wie Harry und Meghan nicht zum Balkonauftritt eingeladen oder in die Vereinbarungen einbezogen werden sollten. Seit ihrem Rücktritt als Senior-Working-Royals und ihrem Umzug nach Amerika im Jahr 2020 haben Harry und Meghan nicht mehr an Trooping-Dekala teilgenommen. Die Veranstaltung im nächsten Jahr wäre jedoch unter der Herrschaft von Königin Elisabeth ihre erste Gelegenheit dazu gewesen. In dieser Veranstaltung versammeln sich in der Regel alle Erben und Ehegärten des Monarchen auf dem Balkon neben anderen berufstätigen Mitgliedern des Königshauses. Daher hätten Harry und Meghan damit rechnen können, als Vertreter der britischen Königsfamilie auf der internationalen Bühne zu erscheinen. Dieser Schritt wird von einigen Experten als Demonstration ihres Staates innerhalb der Monarchie unter König Charles angesehen, der berichten zufolge nicht möchte, dass sie von ihrem königlichen Staates profitieren, während sie keine Pflichten erfüllen. Quellen aus dem Umfeld von Harry und Meghan äußern sich verärgert über die Entscheidung und betrachten sie als kleinlich und trachsüchtig. Aus Harrys und Meghans Sicht wird der Ausschluss von Trooping-Dekala als schwerer Schlag angesehen. Sie hatten gehofft, ihre Familie während der Veranstaltung anlässlich des ersten Geburtstages von König Charles als souverän der britischen Öffentlichkeit auf einer internationalen Bühne wieder vorzustellen. Die Entscheidung von Charles unterstreicht jedoch, dass Veranstaltungen wie Trooping-Dekala tabu sind, ohne die Königin und das Land aktiv zu vertreten. Dieser Ausschluss unterstreicht Charles' Botschaft, dass die offizielle königliche Vertretung und der vom Steuerzahler finanzierte Engagementschutz nur auf Kernmitglieder ausgedehnt werden, die offizielle öffentliche Aufgaben im Vereinigten Königreich wahrnehmen. Während einige die Notwendigkeit einer selektiven Inklusion befürworten, birgt der Ausschluss von Harry und Meghan das Risiko, die familiären Bindungen zu beschädigen, und könnte das Gefühl der Ablehnung und Ausgrenzung auf Harrys Seite aufrechterhalten. Insgesamt verdeutlicht diese Situation die Herausforderungen, vor denen die nachelisabesnische Ära der Winzer-Dynastie stand, und betont das empfindliche Gleichgewicht zwischen Tradition und Moderne in der Monarchie.